Dori? Ja? Ach, jetzt bist du da? Lol. Warte, guck mal, Dori. Das sind ja auch Kleblätter. Aber ich geb dir die jetzt einfach hier. Und vielleicht brauchst du das. Und vielleicht brauchst du das. Komm doch mehr? Komm einfach mit. Was? Ich hab mal alles mitgenommen. Ja. Aber komm doch einfach mit. Was? Wieder da hoch? Ich hab aber... Ich hör schon wieder was. Warte mal, kann ich eine Dings bauen? Warte mal kurz. Hallo, Leute. Klettern wir da wieder hoch? Da ist ein Leuchtkipper, den durch. Ich brauch Seil noch. Ja, die sind ganz lieb. Wir haben hier Glühwürmchen. Ja, das sind Glühwürmchen. Richtig geil, oder? Ich kann hier nur Seile machen. Guck mal. Der fliegt über uns, das Glühwürmchen. Hallo, Glühwürmchen. Kann ich auch noch Seile machen vielleicht? Nein, ich kann keine Seile machen. So, warte, wer braucht denn jetzt die Seile? Ich, 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 ich. Bitte hier. Äh, Dori. Nein. Ne, Katron. Ne, Katron. Ach Gott, Entschuldigung. Ich bin noch nicht jung. Alles gut. Alles gut. Hallo, Glühwürmchen, dass du da bist. Hallo. 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 Ich hab irgendwas rausgeschmissen, was ich nicht rausschmeißen wollte. Warte, ich geb dir das wieder. Äh. Hier. Meins. Nam, nam, nam. Das gute Essen. Wo es sei. Okay. Hab ich okay. Was knistert denn hier? Sollen wir zurückgehen? Was ist die Fackel? Die Pflanzenfaser nehme ich mit. Ich glaube, das ist der Kälfer, der eine. Weißt du? Okay, Dori. Hast du Licht? Ja, eine Pflanzenfaser. Was macht ihr denn jetzt? Wir versuchen jetzt, das Fähnchen oben zu setzen noch. Ihr macht das. Wir gehen zurück? Ja, machen wir. Guck mal, wir haben Multi. Dann sehen wir jetzt wirklich mal zwei verschiedene Perspektiven. Oh, verrückt. Drei? Es sind doch aber drei. Oder nicht? Hab ich viel gesagt? Dieses Flattergeräusch. Nee, du hast zwei gesagt. Ich glaube, ich hab nur verschiedene Perspektiven gesucht. Drei verschiedene Perspektiven. Und dann, Verzeihung, wir haben drei verschiedene Perspektiven. Da ist die, da ist die. Ah. Aber da müssen wir doch gar nicht hin, Dori. Wo müssen wir denn hin? Oh Gott, und ich höre gerade Kampfgeräusche. Oh, oh. Du findest doch schnell. Wo ich hänge fest. Es kann aber nur eh auch irgendwas Einfaches unter Wasser sein. Ich komm so... Ich bin grad... Wo bist du? Ich hab dich verloren da. Hier bei mir. Oh, da schwimmt was unter Wasser. Kann nur springen. So, Orientierung und so ist nicht ganz so meins. Ich merk das schon. Äh, Hause, Hause. Wo ist Hause? Da ist Hause. Okay. Ist das für die Einrufe? Hier. Jetzt bin ich aber auch ein bisschen verwirrt. Yay, Kami ist verwirrt. Hallo, Laus. Tschüss, Laus. Hallo, Laus. Tschüss, Laus. Tschüss, Laus. Die Läuse sind schon niedlich. Das ist ja wohl. Schwimmen wir? Ja, schwimmen wir. Würde ich sagen. Oh, da. Da, da, da. Ich hab keinen Bock auf Mücken, ne? Das ist eine Armeise unter Wasser, okay. Der soll Wasser schwimmen? Oh Gott, der hat mich angerissen. Reisegruppe fröhlich. Ja. Wir gehen Richtung Heimat. Wir gehen Richtung Bobelbaden. Macht das. Vielleicht könnt ihr ja irgendwas von den Sachen herstellen. Ja, das haben wir überlegt. Ja. Aber wir müssen erstmal durch den wilden Dschungel nach Hause finden. Oh, lauf weg! Meinst du das Überlebensdruck? Man läuft da nichts an durch die Gegend, auf einmal zack Wanzel. Ja, muss echt aufpassen. Warte, warte, warte. Ich glaube, die ist nie mehr bei uns. Muss die Laterne da? Wir gehen nach Hause. Turn-Loop. Aha. Oh, ich höre eine Spinne. Du wirst schon hin. Nein, 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 nein. Reden wir es mit Terrifying. Na, guck mal, wir sind schon hier. Oder ist die Spinne? Ja, deswegen. Gehen wir mal hier längs? Okay. Wie lang? Deswegen, die Spinnen, die reden immer so, als ob sie wirklich was sagen würden. Also ganz kurzen. Ich weiß nicht, aber ich habe schon wieder Trommel. Milber. Ja, ich auch. Das sind die Spinnen, alles gut. Sehr gut. Hier waren wir. Eins. Hier waren wir. Darüber. Den Kanal rüber. Boah, jetzt sieht man natürlich gar nichts, ne? Aber ich bin halt vorhin über dieses, da bin ich aber auch ohne Fallschirm. Ha! Home sweet home. Das habe ich ja noch geschafft, so. Also wenn du von hier aus hier drüben auf das andere Blatt hüpfst, weißt du? Ich gehe direkt heim, ne? Ja, gut. Ja, ich gucke mal einmal kurz hier rein. Also warte. Hopp. Das ist da drüben, ne? Mhm. Oh, nee. Nein! Ich hänge fest. Also wir haben es überlebt. Wir sind zu Hause. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ausschaut. Wir sind auch irgendwie. Aha. So. Schließen. Schreibe ich die ganzen Hübsche Lampen, die wir hier haben. Habe ich wieder zu dir hoch? Ja, ne? So, was habe ich denn jetzt alles so eingesammelt, was ich mal ablegen könnte? Gibt's doch einen hinten? Ah! Sorry, ich komme auch wieder runter. Ich will den Spinnenpanzer machen. Okay. Okay, dann mach mal. Ich finde dieses Vogelbad-Dingsbums echt doof. Oh, da muss es doch aber auch noch einen anderen Weg geben. Ja, wir können von unten hoch bauen, aber... Hm. Weißt du, wir können uns kurz so einen Unterstand bauen und wir können alle schlafen kurz, damit wir hell haben. Äh, warte mal. Das war auch nützliches, ne? Offenes Zelt. Wir brauchen... Ich habe drei Kleeblätter. Ich baue noch zwei Sprösslinge. Ja. Hast du welche? Hab ich. Hast du sie runtergeworfen? Ach so, brauchst du die direkt? Ja. Ach so, die... Quatsch. Ne, Blödsinn, warte. Also hätte ich die einfach angebaut. Ja, ja, klar. Seidenseil. Seidenseil? Seidenseil, nee. Oh, ich muss was trinken gehen. Könnt ihr euch ins Bett legen? Ja, können wir machen. Ich kann nicht derjenige, der fühlt sich hart. Zeit, um das Heid zu holen. Gute Nacht, gute Nacht. Hallo See-Otter, schön, dass du auch wieder da bist. See-Otter, nicht See-Otter, See-Otter, hallo. Freu mir. Ich hab du Ost. Wir haben jetzt aber noch genug Sprösslinge und Klee, oder? Die Frage ist, ob man hier irgendwo hochkommt. Glaub ich nicht. Du Ost, du Ost. Ich glaub, man muss echt diesen Scheißweg gehen, oder man muss sich ewig hochbauen. Aber wir haben halt diese Materialien nicht. Das dauert auch ewig, ne? Ja, ja, das ist auch Quatsch. Aber die Frage ist halt, ob man... Weil von der anderen Seite war auch ein Ast reingeragt, hier ins Vogelbad. Die Frage ist, ob wir da hinten irgendwo hochkommen. Weil da hinten sind wir doch den ganz großen Weg hochgelaufen. Achso, meinst du, dass man über die Zentrale irgendwie reingeht? Dass wir über den Weg da hinten... Moment. Warte mal, wir konnten doch hier unten rein, ne? Komm mal mit, Dori. Dori, gehst du etwa? So, Tane, du machst den Bienenschulterpanzer. Tu ich das? Ja, also ich kann auch beides basteln. Ja. Ich hatte grad was anderes gesucht, aber das können wir auch gleich noch basteln. Okay, ne, dann mach ich beides. Weil den Spinnending hab ich jetzt fertig. Ja, cool. Ja, dann mach doch mal den Bienenschulterpanzer. Uh! Wo war denn die Penze? Ihr könnt dann auch immer noch neue Aufgaben holen, wenn... Ja. Wenn ihr zwei Sachen wieder geschafft habt. Genau, wir kümmern uns um dieses Vogelbad. Oh mein Gott. Erstmal Bärenleder. Ich muss um... ich will diese ausgestopfte Biene. Genau, und ob man da nicht... da nicht raufkommt, weil... Das Bärenleder ist hier... Ja, da müssen wir so ein Bad war. Da müssen wir auf jeden Fall... warte mal, da hinten... Da ging auf jeden Fall so. Glaube ich. Von da aus auch. Wunderbar, perfekt. Ja, dann gehen wir hier hinten die Dings hoch. Oh! Oh! Wir haben keinen Bienenpelz. Ging das von hier aus? Ich weiß gar nicht. Ich glaub, wir haben keinen Bienenpelz. Ah ja. Doch, ich hab den gerade nur alles rausgenommen. Ach so. Doch, hier, guck mal. Ja, ja. Kann man aus den Bären-Teilen noch was anderes machen? Ja, ja. Bärenleder? Bestimmt. Ich mach mal einfach Bärenleder. Das ist so die Definition von übermotiviert. Ah, du hast es geschafft. Dann müssen wir hier, oder? Bin ich richtig, oder bin ich... Ja, ich glaub... Äh, äh, äh... Hatten wir nicht noch... Äh, 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 äh... Hatten wir nicht noch... Hatten wir nicht... Hatten wir nicht... Hatten wir nicht einen Bienenstachel? Ja, irgendwo in der Insektenkiste. Stechmücken? Was machst du denn? Ja, wir müssen die platt machen. Bienenstachel. Äh, den einen, den wir hatten, hab ich gerade benutzt. Ach so, ja, dann macht nichts. Für die Rüstung. Macht nix. Dann müssen wir nochmal wieder auf Bienenjagd gehen. Aber ich möchte unbedingt diese... Ah, diese ausgestopfte Biene herstellen. Grrr. Gut. Wo kommt ihr denn alle her? Bist du okay? Wenn du nämlich auf, äh, herstellen gehst... Was war das? Ich muss was essen. Und unter Kunst. Ja, ich auch. Und dann gibt's eine ausgestoffte... Ich hab das voll vergessen. Wo kommt ihr alle her? Die ist voll süß. Voll makaver, ich will eine ausgestopfte Biene. Ich find das okay. Dankeschön. Hast du was zu essen noch? Oder brauchst du? Ja, ich grille hier draußen gerade Essen. Ich hab nur Trinken jetzt schnell gebraucht. Ich brauch Läuse. Hat plötzlich geblinkt. Ich will eine ausgestopfte Laus. Ist der, ist der Ast dann richtig? Oder wollen wir nochmal Aufgaben holen? Äh, können wir machen. Ich möchte mich nur umziehen, glaub ich. Ja, mach dich. Ich glaube, meine Madenweste... Ich glaube, der könnte richtig sein. Die muss mal gewaschen werden, ne? Könnte aber auch der daneben sein. Ja, ich bin aber überlegen, ob Spinnen cooler sind. Bist du drüber? Muss ich mir mal angucken. Ja, ich bin geflogen. Mit Fliegen geht's. Hast du das nur noch nicht? Zieh mal an. Ich häng hier gerade fest. Jetzt bin ich besser. Das ist die Spinne? Das ist die Biene. Das ist die Biene. Wie cool. Jetzt hier drauf. Aber das ist auch sehr geil. Kaum Schutz. Außer an der rechten Schulter, aber die Biene ist ja geil. Ja, ich räum das mal auf, ja? Ja. Die Biene ist ja immer richtig geil. Wo ist es? So und so, ne? Ja. Die sind auf dem falschen Ast. Die kann man dann später... Kann man ja hier zum Beispiel irgendwann nochmal wieder draufsetzen. Aber die Frage ist, ob man da irgendwo... Guck mal, da ist eine Alfa-Wand quasi aus Blättern gemacht. Ja. Die wollen nicht, dass wir da rüber gehen. Stimmt. Guck mal, diese Spinnen liegen da auch schon. Und über die Blätter ist auch wieder doof. Sehr geil. Ja, hier vorne über die Blätter. Hast du was gegessen und getrunken? Könnte... Könnte noch... Nee, ich hab gerade extra draußen Sachen hingelegt. Dann können wir das ausziehen. Ja, und sonst haben wir ja auch unsere Tour da mit Essen beim Esstisch. Aber guck mal, der ist schon von da drüben. Können wir weiter hinten irgendwie noch rüber gehen? Hm. Ja, guck mal nochmal. Ich hab gerade ein Dörfleisch gemütet, aber Wasser ist sehr niedrig. Oh oh. Ja, dann geh mal raus hier. Da müssen wir vielleicht nochmal über die Dings gehen, über die... Oder hier, wenn du Lust auf Fruchtsaft hast, geh auf Fruchtsaft. Da kommst du nicht durch. Ich nehm Wasser. Ja. Aber hier ist gebratener Läusebraten drin. Hm. Ist das... Du steckst fest? Ich steck fest. Nein! Kein... Hüpfen oder so? Ich kann nicht nur drehen. Okay, ich muss nur noch eine Sache wegräumen und dann kommt... Ja, ich bin in der Nähe hier. Ich guck nur gerade nach kleinen Läusen. Wenn du mal in die Ego-Perspektive gehst... Du bist doch voll egoistisch. Ansonsten nochmal ein- und locken, auslocken... Äh, auslocken, einlocken. Ja, ich glaub muss ich machen. Ich, ich, ich backe unter diesem Blattfest. Irgendwie. Geht auch nicht. Also... Naja, ich kann tatsächlich... Aber ich hab alle Bewegungen durch. Kann tatsächlich... Ach, ist nicht deren Ernst. Okay, ich probier's mal nur mal kurz mit neu einloggen. Okay... Di di di... Di di di... Di di di... Di 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 di... Ah... Nein! 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 So, Tana. Lass uns Dinge tun! Ja, ab zu Börgeln! Börgel! Börgel! Das erinnert mich, dass ich Burger zum Abendessen hatte. Mit Käse oder ohne? Klar, mit Käse. Natürlich mit Käse, alles mit Käse. Käse ist Pflicht. Also das Vogelbad ist echt schwierig. Ich bin draußen, aber ich bin erst durch die Welt gefallen. Wenn ihr drauf seid, dann... Jetzt bin ich wieder da. Wenn ihr drauf seid, könnt ihr ja gucken, ob es alternative Wege da hoch geht, die einfacher sind. Ja, wir sind tatsächlich gerade an einem alternativen Weg dran. Aber... Schwierig. Das ist wirklich so ein Satz, der mit... Oh, sag mal. Oh, hier ist eine Laus. Hallo, Laus. Aber vielleicht da oben drüber. Voll Randal. So, Katrin, du kannst schon wieder gegenstehen. Mach mal, Roma. Ich bin so ein Schnauzbad hat. Komm lieber mal raus und hier hoch. Da haben wir Jägerquests. Marienkäfer. Und Kleebeinschie. Jäger-Marienkäfer. Töte Marien... Oh, müssen wir Marienkäfer töten. Uiuiui. Sind die schwer? Ach da. Er hat ein Klebebeinschie. Ich habe auch Klebebeinschie gewesen. Habt ihr unsere Fresse weggemacht? Nee, ne? Nee. Nein, oh Gott. Nee, das geht ja, glaube ich, gar nicht. Nee. Gut. Wir können ja auch auf Marienkäfer jagen. Wenn wir da oben drüber gehen. Okay, dann lass uns Marienkäfer jagen. Ganz oben. Und dann, guck mal, da ist nämlich auch nochmal ein Eingang. Da ganz oben, da war ich schon mal drin. Ach, Mensch. Aber nein, hier machen wir das nicht. Du bleibst verschont. Hier werden wir... Du bist süß hier. Geh weg. Du bist von mir da hin. Ja, das ging irgendwie ganz drüber. Aber wenn wir die Richtung gehen, könnten wir eventuell den Ast erreichen. Weil der kann es halt so gut auch angreifen. Oh, ich hasse Blätter. Ja, das ist blöd da. Habe ich noch Pfeile und Bogen? Ja, ich habe noch Pfeile und Bogen. Schwierig. 16 Pfeile. Super. Gucken wir mal. Darüber? Eventuell darüber. Alter. Wie denn noch denn? Oh, diese Kleeblätter. Eventuell da ganz hoch. Eventudel. Eventudel. Hier ist schon wieder ein Kleeblatt. Hey, war noch immer welche. Dein Rutschel geht aber nur runter. Vielleicht hören wir den Bienenduft nicht. Immer noch, ja. Mal ein bisschen einparfümieren. Das tut vielleicht ganz gut. Okay. Schon wieder Böbyspinnen. Böbö. Geh nach links. Guck mal, hier links zu dem... Warte, spinne, spinne, spinne. Au, au. Blöde Puh. Wir brauchen Marienkäfer. Da ging es auf jeden Fall zu dem Dings rein. Ah, ja. Oh, Biene. Biene, ich brauche deinen Stachel. Könntest du bitte... Hallo, Biene. Biene, Biene, bleiben Sie doch mal. Entschuldigen Sie. Oh, hier war ich nämlich schon mal drin. Hallo, könnten Sie mal bitte... Ich brauche Sie. Hallo, Frau Biene. Geht doch nicht weiter, ne? Nee, aber das siehst du irgendwie so... ...Wagschalt und Batterien. Oh, das... Oh, ja. Das sind kleine, kleine Satellitenschüsseln. Pass auf. Ja, vielleicht gibt es da zum Schluss mit irgendwas. Pass auf. Ich vermute, dass man alles noch nicht freigeschaltet hat. Machen gut Damage. Aber vielleicht können wir hier irgendwo... Ich renne ein bisschen. Ich renne ein bisschen. Weißt du, ein Ebener drunter. Ist das der Ast? Guck mal, der Dicke da. Ich befürchte fast, das ist der Dicke, was schon gelaufen sind. Echt? Mh. Durch die Pilze... Ich glaube, über die Pilze. Aber es ist schon... Ja, Mann! Aber das ist schon... Ja! Wir haben eine Biene getötet, aber wir haben keinen Stachel... Wir haben keinen Stachel bekommen, verdammt. Guck mal, ob wir da irgendwo noch weiter... Das sieht übel aus, ne? Ihr müsst öfter Bienen machen, die geben leider sehr schlechten Stachel. Ja. Die Tropfen backen... Da sind wir lang gelaufen, oder? Achso, haben wir... Das ist, wo ich fastgebackt bin, oder? Lass uns mal... Lass uns... Hier heb mal deine Pfeile auf. Deine Pfeile liegt... Achso, bei mir liegt hier noch einer. Ja, den sehe ich nicht. Dann kommt man nicht über den anderen Weg hin. Aber das ist ja mega... Du gehst vor. Ich folge. Ja, oder wir müssen halt echt so viel... Wir müssen das Vogelbad noch lassen. Wir müssen noch mehr Silence... Wieder bis 7500, dass man dann vielleicht ein Dings bauen kann. Eine Seilrutsche, weißt du? Und die verbinden kann. Wir brauchen... Uri, was machst du? Was ist hier denn los? Komm zu dir! Ich dachte, ich mache jetzt noch nicht sterben. Jetzt ist weg. Die sind so süß. Dann lassen wir das Vogelbad noch aus. Entweder hochbauen oder halt mit der Seilrutsche da, wo wir sowieso waren. Das ist, glaube ich, der einfachste Weg. Ich würde es noch einmal probieren über den anderen Weg. Okay. Ob ich noch mal hinkomme und das Ding fertig bauen kann. Dann können wir ja mal zusammen dann hochbauen. Und zumindest angucken. Das sind zwei... Marienkärpner. Wo sind denn Marienkärpner? Ich sehe hier nur Grünzeug. Ich habe echt gedacht, man kommt von hier aus... Das ist immer so, ne? ...da auch einen Weg gibt, also vom Vogelbad aus zurück. Aber dadurch, dass halt die Blätter halt überall sind, ist blöd, ne? Ja, das... Also da war man aber auch echt schnell drin. Ich meine da oben die Flasche. Aber pass auf, der hat aber... Rüsselkäfer. Ja, der hat rote Augen. Die kämpft. Ja, aber die ist einfach den Rüsselkäfer und das dann... Oh, guck mal, da spinnt was. Spinni, da spinnt, da gehen wir nicht hin. Okay, dann gehen wir nochmal. Oder wir bauen einfach das Ding hier ab. Ja, das ist eine gute Idee. Was ist... Ich habe einen Hammer dabei. Wir brauchen Marienkärpner. Ich brauche nur tausend Jahre dafür oder so. Vor allem drei Stück, ne? Ja. Wenn man nicht überall immer hängen bleibt. Du bist schon wieder falsch, Dori. Also immer... Man sieht die ganze Zeit immer welche und jetzt sieht man keine. Es ist immer so, wenn man es braucht, findet es man nicht. Da kommst du nicht hoch, oder? Sind die vielleicht auch wieder... Ich habe gerade irgendwas gesehen, vielleicht habe ich mich auch geirrt. Oh, Mampel. Prost dir. Prost. Prost. Aber da ist eine Dose. Prost, 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 Prost. Nee, da waren wir, oder? Ja, ja, da waren wir bei der Dose. Das ist auch nicht. Nee, ich nicht, ne? Ja, es gibt keine. Die wissen das, wir kommen. Weil das Ding ist, hier ist nämlich eine Frisbeescheibe drin. Und wir waren nicht bei der Frisbeescheibe. Doch, wir waren schon in der Frisbeescheibe. Ja, ja. Echt? Da sind wir aber den anderen Weg lang gegangen. Also müssen wir genauso da lang, aber da kommen wir dann nicht mehr... Also, ja. Das ist schwierig. Ja. Wie geht denn aus? Ja. Be rich. Genau, das ist schon so ein... Lauf mal hier unten lang. Ja. Ja, ja. Ich lauf gerade vor der Stimme weg. Indem ich nichts analysieren kann, weil alles schon analysiert ist. Ja, ja. Ja, ja. Das ist ganz cool. Immer wenn du was analysierst, ne? Ne? Dann kannst du dann neue Sachen bauen. Oh, nee, da will ich nicht hin. Oh. Dahin, wo ich hinkuck. Wo guckst du denn hin? Ich weiß nicht. Wo bist du denn? Ich hab keine Läusischüchen. Warum? Was ist da? Drei Läusisch. Nein? Oh ja, da sind Mücken. Mhm. Dann laufen wir links am Zaun entlang. Ich frag mich, hier waren ja sonst immer welche. Hinter unserer großen Eiche. Ah, ich hab kein Quazit dabei. Weißt du? Mein Pieseldeutsch. Ich will den Rüsselkäfer rüsseln. Was? Du willst den Rüsselkäfer rüsseln? Ein Kieseldolch meinte ich. Ja, ist schon vorbei. Da war aber schnell. Kaputt. Ja, klar. Hat er es kaputt? Mein Kieseldolch, den ich fälschlicherweise Kieseldolche genannt habe. Was ist denn hier los? Also dahinter. Das hab ich sie gerade gesehen. Hast du noch was anderes zum Kämpfen? Ich bin schon wieder falsch. Sorry, ich lauf hier immer falsch. Wir müssen erst... Ich hab einen halb kaputten Speer. Ich weiß es doch nicht. Ich hab jetzt lieber. Jo, kleiner Rüsselkäfer, not, not, ich dich auch. Nein, nein. Not, no. Wir müssen hier lang. Hier lang? Ihr lernt jetzt was Neues über meinen Stream. Oh, oh, okay. Menschen können Wörter bannen. Wörter bannen? Soeben wurde... Ich darf besagtes Wort dann fünf Minuten nicht sagen. Oh, krass. So. Was denn für ein Wort? Nee, nee, sonst muss ich ja Sport machen. Hey Siri. Timer for five minutes. Sonst muss ich ja Sport machen. Ach, krass. Kann man das in deinem Chat sehen, was gebannt worden ist? Jo, klaro. Okay. Monkel, magst du mal kurz bei ihr gucken? Oder... Keine Ahnung, ich will, dass das schön worden ist. Ich will, dass das ein Wort ist. Ich auch. Ich leier ihr das aus. Ja, das ist mir schon klar, dass das alles ist. Sag's mal bitte. Marienkäfer? Das bleibt doch unser uns Vieren. Piep, piep. Piep, piep. Oh, piep, piep. Eine Uhr. Also hier ist wieder dieses Ding. Die Mopper fliegen, mobben dich. Oh, warte, ich dachte gar nicht von runtergeflogen. Oh, das ist mein Charakter. Oh, Flieger. Die tun aber nichts, die mobben nur. Hier hoch. Die tun nichts. Aber du hast sie jetzt, ja. Und hier komme ich immer nicht weiter. Hier bleib... Siehst du so, ich bin schon wieder unten. Das ist zum Kotzen. Da musst du links aufs Blatt springen. Aber die Mopper sind hier einfach nur. Ich guck dir jetzt von unten zu, okay. Du musst links aufs Blatt springen. Okay, ich weiß das Wort. An dem anderen vorbei. Das ist ein schönes Wort, oder? Ja, das ist voll simpel eigentlich. Was für ein Wort. Wir hatten schon schlimmere Wörter. Da ist was in der Erde, Tanne, guck. Ja, das Wort ist du. Frechheit. Dass ihr das sagen dürft. Du, 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 du. Komm, wir singen denn alle. Du, 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 du. Guck mal, was ich ausgegraben habe. Wer nicht mitsingt, ist ein Anti-Mädchen. Kannst du aufnehmen. Du, 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 du. Wenn du dir eine Schaufel... Das habe ich schon einmal gesagt. Oh nein. Wer, du? Wer, du? Ja, ja, habe ich gesagt. Jori, du schaffst es. Ja, ich bin schon einmal runtergefallen. Aber ich kann mich, glaube ich, noch retten. Na komm, lass uns nochmal, wir gehen nochmal weiter in den Wald. Wo ist hin? Man kann sich tatsächlich über die Blätter retten. Hier gibt es irgendwo eine Uhr. Bisher, die vier Wörter waren. Bisher, die vier Wörter waren und? Ist sie vielleicht da oben drauf? Kommen sie mit? Nein! Bist du wieder runter? Ja, man kann sich retten. Aber ich habe... Den Gehubbel! Ich habe Kampfgesang. Und ich weiß nicht, woher. Das ist ganz übel jetzt. Warte mal, vielleicht können wir uns ja auch Dings bauen. Und ein Sprung, Dings, Bums, Bum, Bum, Bum. Du musst nur auf die unteren Blätter kommen, eigentlich. Wo war denn das? Ist tatsächlich possible. Oh, Hallobiene! Na? Oh, Alter, ist die groß. Nee. Hier oben kämpfen wäre, glaube ich, schlecht. Nützliches. Aber ich hätte gedacht, dass dieser Skarp jetzt hier oben wäre. Weil guck mal, der ist auf drei. Das gibt es doch nicht. Wo war denn das? Ich dachte vielleicht, wenn man ein Trampolin baut, weißt du? Ja, ich glaube, das könnte klappen. Ich bin es aber nicht. Bist du runtergeplumpst? Ja, falsch gehüpft. Weil du kommst über die Blätter hoch. Wie sieht denn dein Gehl aus? Was? Mein Hap? Ja, ich komme jetzt von hier aus nicht mehr hoch. Ich habe die ganzen Öl-Geräusche. Und irgendwas backt mich hier runter. Eko? Ich habe eine Made gepflegt. Warum sehe ich das nicht? Haben wir noch gar keinen Sprung Dingsbums erkundschaftet? Ich glaube nicht. Ich nicht. Ich war auch sehr überrascht. Letztens. Voll schnell. Aber Wortband ist eine schöne Sache, wird mir gerade gesagt. Das können wir auch mal hier einführen. Ist gut, ne? Wie viele Kanalpunkte? Hast du mit Kanalpunkten gemacht? Kanalpunkte 2000 aktuell. Aber ich glaube, ich setze das runter. Ja. Dann machen die das öfter und wir haben alle mehr Spaß. Bin ich gerade irgendwie zu blöd? Darf ich das beantworten? Ich weiß es, Frau Lehrerin. Ich weiß es. Ja. Ja, Tanne? Ich glaube, die Kamikaterin ist zu blöd. Ihr seid voll fies. Du hast gefragt. Ich finde es aber geil, wenn das so. Ich habe mich selber gefragt. Den musst du jetzt nicht beantworten. Wir finden keine Marienkäfer. Die haben so alle Feuerabend. Doch mal in der Zentrale war doch einer, oder nicht? Ja, aber den verkloppe ich bestimmt nicht da in dem kleinen Gang. Feigling, Feigling, Feigling. Gib dir gleich Feigling. Wir haben echt keinen Sprungdingsbums. Nein. Kann ja nicht sein. Ah, aber wir haben... Okay, das wundert mich gerade echt. Ja, mich auch. Vor allem, weil ich hatte die Woche ultra Bock auf das Game. Und habe dann selber gespielt. Was? Und ich hatte den Sprungturm sofort. Das gibt es doch nicht. Rampolin eigentlich, ne? Ja. Voll... Hä? Vollsölkäfer. Oh, na, aber... Ich habe schon wieder ein Wort gebannt, ne? Russölkäfer, oder? Nee, nicht Russölkäfer. Erzählt, oder? Also... Moppe, du machst das. Hallo, kleiner Arm. Ich finde auch mal so süß. Okay, wir haben das noch gar nicht. Nee. Glaubst du mir nicht? Oh, oder ist das einfach noch nicht in der Version drin gewesen, in der wir spielen? Oh, ich muss was trinken. Tatsächlich vielleicht manche Sachen. Das ist mir egal. Ich muss was trinken. Eigentlich war das drin. Aber rausgenommen haben wir das auch nicht. Mit Essen und Trinken? Essen und Trinken ist okay. Nee, wie gesagt, ich habe die Woche mal gespielt. Und ich hatte das gleich. Ach, du bist wieder da oben? Och, Mann. Oh, nein. Was? Ich bin noch gar nicht ganz runtergefallen. Was, 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 was? Kann ich gerade die ganze Zeit retten? Oh, nein. Kann ich ständig runterfliegen? Mach das doch nicht. Jetzt fäng ich in einem Blatt fest, ey. Mach doch nicht. Ja, keine Ahnung. Wollen wir es noch weiter probieren oder eher nicht? Oh. Hoffentlich. Oh, nein, du läufst gegen den Ast. Du läufst die ganze Zeit gegen einen Gras halben. Lassen wir es einfach erst mal. Im Grunde müssen wir uns ja nur von dem Ast da rüberbauen. Das gebannte Wort, was jetzt gekommen ist, ist das... Wir müssen halt... Ach, Mädels. Diese, diese, ähm... Tolles Wort. Ja. Dieses, ähm... Oh Gott. Heilrufe. Roar, roar, Dingsbums. Du weißt schon. Das wäre halt... Die Jule läuft. Pure Wissenschaft. 7500 zusammenbekommen. Und dann können wir halt, ne, die Punkte verbinden. Beschütz dich mal, Jule. Das wäre ganz gut. Gut, dann lassen wir das mit dem Vogel. Aber das kriegst du halt auch nicht hin, wahrscheinlich. Oh nein. Oh, du bist auch weg. Wenn du vom Ast aus baust, eine Plattform nach rüber. Dass du quasi... Ah. So zumindest so zwei, drei Plattformen baust. Jule ist raus. Und dann... Ja, dann... Ja. Dann lass uns mal... Dann lass uns mal hier die Blätter nehmen. Ah, die können wir aber gar nicht mit rüber nehmen. Darf mich zu schubsen. Ja, das ist halt... Hallo. Hallo. Jule hat noch ein weiteres Bannwort. Ja. Wenn wir nämlich mit der Einseilbahn rutschen, da können wir die Blätter gar nicht mitnehmen, ne? Wie die Mädels so in ihrem Auftrag da drin sind. Das ist so krass. Das ist so krass. Oder wir gehen... Ja, der gute David hat nochmal in fünf Minuten Wörter Spaß investiert. Gucken wir auch nicht hin. Ich hab gerade überlegt mit dem... Also jetzt drei Wörter, die du nicht sagen darfst. Doch, wir können zweimal bauen, Dori. Also, das erste wurde schon beendet. Okay. Ja, aber wir können das Gras nicht mitnehmen. Ja. Doch, doch, doch. Ich hab ne Idee. Monka hat recht, Dori und Katrin sind voll im Tunnel. Ja, ne, ich hör euch schon, aber ich hör auch Katrin und dann... Wir versuchen gerade eine Lösung zu finden. Okay, warte, ja, ich weiß, okay. Gebt auf. Ich krieg das, ja. Erst, wenn wir die Seldrutsche runter müssen. Ja, 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 warte, aber nimm mal mit, nimm mal mit, falls du was kriegst. Das muss aber ein bisschen schieben, glaub ich. Ja, das ist hier wieder. Ja, ich kann das Schwimmen nicht nehmen, ne? Wie legt man denn nochmal ab? Ich hab dich beschützt. Hier waren so komische Larven wieder, die uns angegriffen haben. Super, okay. Oh, geht es weiter? Ne, es backt nur da drin rum. Jetzt backen alle. Warte, ich schieb, guck mal, ich schieb dir welche zu. Was backst du denn? Wir backen einen Backeterien. Einem Blätterkuchen. Och man, ich will Marienkäfer. Wo sind die? Wir sehen keinen einzigen Marienkäfer, ne? Oh. Das ist so krass. Ah, ich habe einen Marienkäfer. Ah, oh, Mensch. Da habe ich zwei Stück. Wir sind die Kinder, die Kinder der Villa Kinderpunsch. Wir lachen, weil es uns gefällt. Das ist so krass.